Jenna, es gibt keine Person in Roblox, über die mehr gesprochen wird, als wie sie. Doch wer ist sie eigentlich? Manche sagen, sie sei eine Hackerin, aber manche sagen, sie hätte noch viel mehr böse und dunkle Geheimnisse, von denen keiner was wüsste. Und um die wahre Geschichte von Jenna herauszufinden, betreten wir das heutige Storygame mit ganz, ganz vielen anderen Leuten. Jeder hat auf jeden Fall Lust, wir joinen den Ganzen. Hallo, kann ich rein bei euch? Ich will auch mitmachen. Na ja, dann nehmen wir auf jeden Fall den nächsten Bus, um uns die Wahrheit über Jenna anzuschauen und wer sie wirklich ist. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und verhängt du. Keine weiteren coolen Videos, wenn du verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr habt es richtig gehört, wir spielen heute mal zusammen die Jenna-Story und wir steigen sofort dafür in den Bus ein. Es wird über keine Person so oft in letzter Zeit in Roblox geredet, wie über sie. Viele sagen ja, sie sei eine Hackerin und ist wiedergekommen. Und deswegen sollte man aufpassen, dass sie sich nicht in irgendwelche Roblox-Accounts hackt oder sowas. Wie auch immer sie das schafft, auf jeden Fall. Ich habe wirklich sonst keine Ahnung, wer Jenna ist. Schreibt mal in die Kommentare, von wo ihr sie auf jeden Fall kennt. Und ob ihr Angst vor ihr habt. Also ich muss sagen, ich habe nicht Angst vor ihr. Also noch nicht, aber die Story kann auf jeden Fall losgehen. Ja, was haben die denn? Jürgen Partnerlook. Ja, haben einfach solche zwei Hasenmasken auf. Und wir fahren jetzt auf jeden Fall hier mit dem Bus hier. Wer auch immer unser Busfahrer ist. Und hey, wer ist das, Alter? Wie sieht unser Busfahrer denn aus? Alles klar. Wir fahren jetzt auf jeden Fall jetzt hier zur Schule. Ganz gemütlich. Auch wenn ich nicht so Lust habe. Aber hallo, jedermann. Ich bin's. Ah, euer Ersatzbusfahrer. Ich habe meinen Führerschein neu bekommen. Also passt auf, dass ihr alle auf ihren Runden sitzen bleibt. Das hört sich ja gut an. Hm, mein GPS zeigt mir die falsche Richtung an. Wie? Wie denn zeigt die falsche Richtung an? Wir müssen zur Schule gehen. Und wer ist das überhaupt da? Du bist der Busfahrer. Und du weißt nicht, wie man zur Schule kommt ohne GPS? Ist so, ey. Er hat doch gesagt, er hat seinen Führerschein erst neu. Äh, schaut, Leute. Ich bin neu. Also, gib mir ein bisschen Zeit. Äh, das GPS sagt, wir sind in einer Stunde. In einer Stunde da. Und die schreiben schon, ich habe Angst, ich habe Angst. Und hä? Wart mal. Was ist das denn, Freunde? Aha! Eine Biene einfach. Oh Gott, oh Gott. Hey, pass auf. Bremsen, bremsen, bremsen. Oh! Jo. Was ist passiert? Und ist jeder in Ordnung? Oh, 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 oh. Ist irgendwer verletzt? Och, haben wir jetzt ernsthaft? Wegen einer Bienenunfall gebaut? Wo ist die Biene, wenn ich dich kriege? Ja, ich höre sie doch irgendwie irgendwo summen, ey. Wir haben jetzt tatsächlich einen Unfall gebaut wegen so einer kleinen Biene. Hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank, ey? Oh Gott, oh Gott, das kann ja wohl nicht sein. Sorry, ich hasse Bienen. Och Gott, oh Gott. Und jetzt haben wir einfach einen Unfall gemacht wegen so einer kleinen Minibiene, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Äh, ich habe vergessen, mein Handy aufzuladen. Ach, ich glaube, wir haben jetzt andere Probleme als dein Handy, ey. Was sollen wir jetzt tun? Vor allem, wieso hast du nicht dein Handy aufgeladen, bevor du zur Arbeit gibst, ey? Ach, lass uns nicht über Dinge reden, die in der Vergangenheit passiert sind, sondern lass uns jetzt eher auf die Zukunft fixieren, wie wir auf jeden Fall hier Hilfe suchen können. Okay, wir müssen Hilfe suchen. Äh, wie sollen wir Hilfe suchen? Hilfe, Hilfe, kann mich irgendwer hören? Ich bin, was geht ab? Wir haben einen Unfall gebaut, ey. Aber, oh, warte mal, was ist denn das denn? Da ist ein Schild. Private Property, No Trees Passing. Alles klar, Freunde, das ist ein Schild oder irgendwie sowas. Hey, Leute, schaut mal, vielleicht lebt irgendwer irgendwo dahinten, in dem Haus oder bei den Bäumen, im Wald oder sowas. Ja, sehr, sehr gut. Ich werde mich mit diesem Typ treffen im Haus, aber seid vorsichtig. Alles klar, wir sollen es jetzt ins Haus leben schaffen? Wie sollen wir es denn nicht leben schaffen, ey? Was soll denn hier passieren? Da sind die Bienen, da fliegen sie rum. Ja, wegen euch haben wir einen Unfall gebaut. Da fliegen sie auf jeden Fall rum. Oh, wir werden gestochen von den Bienen, ey. Oh, 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 oh geschafft. Ja, der Kollege pennt einfach nur. Ja, du bist echt der schlechteste Busfahrer, den es gibt. Oh, dankeschön, sagt er. Aber jetzt lass uns einen Weg finden, um in dieses Haus reinzukommen. Vielleicht das Fenster oder irgendwie sowas. Wir müssen mal hier, oder von der Seite, oder gibt's nicht meistens sogar eine Hintertür oder irgendwie sowas. Hier sind überall Mülleimer, aber als ob hier irgendwer überhaupt wohnt in diesem Haus. Und, oh, warte mal, ein Arm? Wer hat ein Arm gefunden? Was ist das denn? Ja, so ist es ein Arm, ich weiß, aber wieso liegt der einfach ein Arm? Was meinst du mit, du hast einen Arm gefunden? Ich weiß nicht. Ich habe, ich sehe ihn einfach wieder aus der Erde rausguckt. Da ist der Freund. Ist das ein echter Arm, oder ist das so ein Puppenarm, oder sowas? Etwas ist hier nicht richtig. Wir müssen wirklich einen Weg finden, in dieses Haus rein. Oh Gott, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendein anderer Weg ist, als durch die Eingangstür. Die Tür ist verschlossen. Wir müssen irgendeinen Schlüssel finden, um hier reinzukommen. Okay, Leute, da würde ich sagen, los, 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 los. Wir müssen einen Schlüssel oder irgendwie sowas suchen. Vielleicht finden wir irgendwen. Vielleicht haben sie auch so den Schlüssel weggeworfen. Lass uns mal die Mülleimer durchsuchen. Vielleicht hier hinter oder irgendwie sowas. Hier im Haus sind, alter, überall Mülleimer. Hier vielleicht drin und, oh, warte mal, wir buddeln uns mal hier. Let's go. Aber hier war anscheinend auch kein Schlüssel oder sowas. Hier sind überall die ganzen Mülleimer. Und hier irgendwo muss doch hier ein Schlüssel sein. Hey, Kollege, du checkst den Mülleimer und ich check auf jeden Fall den Mülleimer hier ganz, ganz hinten. Kommt schon, let's go. Und sehr, sehr gut. Irgendwer hat einen gefunden. Jemand hat auf jeden Fall einen Schlüssel gefunden. Und kommen wir damit jetzt einfach in das Haus hier rein. Vor allem, wer wohnt hier in diesem Haus? Ey, äh, guter Job. Alles klar. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall hier in dieses Haus gehen. Let's go. Lass uns alle reingehen. Ich werde die Tür nun versperren. Oh ja, ich hoffe, das kriegst du wenigstens hin, ey. Wenn du schon nicht Bus fahren kannst und sonst nicht bei uns zählen kannst oder irgendwie sowas. Sorry, ich habe vergessen, wie man Schlüssel benutzt. Was ist das denn? Ja, gib mir einfach die Schlüssel. Ich werde es machen. Nicht mal das kriegt er. Ich wusste es denn. Ich bin hier der Erwachsene. Gib mir etwas Zeit. Ich brauche ein bisschen Zeit, ey. Oh Gott, oh Gott. Ey, Junge. Mit welchen Leuten haben wir es denn hier bitte zu tun? Und warte mal. Was ist los? Wenn ich es in diese Richtung drehe, und so, es will einfach nicht funktionieren. Gib mir doch den Schlüssel. Ich mache die Tür auch verdammt nochmal. Und... Oh oh. Ich glaube, Leute, es gibt ein kleines Problem. Da ist irgendwer. Ist das etwa... Äh? Jenna? Ich fühle, als würde mich irgendwer beobachten. Warte mal, Freunde. Von wo hat sie uns beobachtet? War hier nicht irgendwer? Hä? Sie war doch gerade... Hier doch irgendwo. Genau hier. Hier musste sie gestanden haben. Oder irgendwie sowas... Oh. Warte mal. Was ist das, Freunde? Was passiert hier? Was zum Geier passiert hier? Hier ist jetzt nicht nur eine Jenna, sondern tausend. Oh. Oh mein Gott. Was geht ab? Guckt euch das ganz mal an. Das ist ja wie in einem Horrorfilm. Überlebt und... Oh mein Gott. Die Zombies. Oh mein Gott. Das ist eine Zombie-Apokalypse. Was geht denn da? Oh mein Gott. Das sind Mädchen hinter uns. Die probieren uns zu erledigen. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht ganz so gar nicht gut aus. Wir müssen ins Haus. Wir müssen ins Haus reingehen, Freunde. Überall sind sie. Das ist Jenna. Okay. Ich habe sie geöffnet. Alle rein. Okay. Okay. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Und... Ich bin drin. Ich bin drin. Und sie sind auch drin. Ich schließe die Tür. Oh ja. Besser als das. Mach die Tür zu. Alter. War das knapp, Junge. Was ging... Was ging da bitte ab, Freunde? Was war das? Das waren diese verrückten Mädchen, die uns probiert haben zu erledigen. Aber zum Glück haben wir es auf jeden Fall jetzt hier reingeschafft. Und... Tut mir leid deswegen. Es sah so aus, als wäre... Ich glaube, ich habe den falschen Schlüssel benutzt. Och Gott. Oh Gott. Du hast echt den Weltrekord für das kleinste Gehirn der Welt. Oh ja. Da hat sie auf jeden Fall recht. Und... Was ist überhaupt eine Kamera? Und... Wow. Ich habe einen Weltrekord, sagt der Busfahrer sogar. Och Gott. Du Gott. Ey. Also mit dem kann man echt nicht reden. Und... Wieso sind hier eigentlich überall Kameras in dem Raum? Bin ich der Einzige, die noch was auffällt? Und vor allem... Wo sind wir hier? Steht hier irgendwas? Batschum. Also hier ist das Schlafzimmer oder sowas. Ich gehe aber hier nirgendwo alleine rein oder irgendwie sowas. Und was sollen wir jetzt auf jeden Fall machen? Sind diese bösen Mädchens noch da? Los, Leute. Jetzt ist es Zeit auf jeden Fall, um zu schauen, ob irgendwer hier drin ist. Alles klar. Hallo? Bist ihr irgendwer? Bist du uns vielleicht ins Waschbecken gefallen? Wohnt hier vielleicht so eine Ameise oder irgendwie sowas? Oder hier diese Biene oder irgendwie sowas. Weswegen wir den Crash gemacht haben. Oh, es geht hier sogar runter in den Keller oder sowas. Hier sind ganz viele Boxen. Hier im Keller. Aber ich werde hier nichts bewegen. Oh Gott, oh Gott. Auf gar keinen Fall. Und ja, ich habe zwei Türen oben gefunden. Aber sie sind beide verschlossen. Oh ja. Vielleicht müssen wir wieder einen Schlüssel oder irgendwas sowas finden. Hat irgendwer einen Schlüssel gefunden? Äh, für das Bedroom? Also für das Schlafzimmer? Nein, ich habe leider nichts gefunden. Und vielleicht hier irgendwo muss doch ein Schlüssel sein. Ich habe keinen Schlüssel gefunden. Aber vielleicht ist es, ah, verschlossen, weil Leute drin schlafen. Das könnte echt sein, Freude. Denkt ihr, in diesem Haus ist wirklich einer. Und der Busfahrer sagt, Leute, was ist los? Was ist los? Äh, alles gut bei dir? Oh mein Gott. Hört ihr das? Hört ihr das? Es wird irgendwie immer und immer lauter. Ich habe echt gar kein gutes Gefühl dabei. Und guck mal nach draußen. Oh mein Gott, da sind die ganzen Jenners. Ich habe schlechte Nachrichten. Sagt der Busfahrer. Was ist denn los? Ich habe mein Telefon in der Nähe vom Bus fallen lassen. Wahrscheinlich in der Nähe von der Straße. Und okay, was willst du jetzt? Was willst du jetzt machen? Was ist denn das Ziel? Wir sind hier sicher. Wir können auf gar keinen Fall rausgehen. Und ich brauche irgendwen, der sich traut, um rauszugehen? Um mein Telefon zu schnappen? Auf gar keinen Fall. Sie denkt auch nur so, Mama Mia, Pizzeria, wo bin ich hier gelandet? Du willst mehr, dass noch mehr Schüler verschwinden oder sowas? Jo, sie ist richtig sauer. Oh ja. Gib es dem Busfahrer auf jeden Fall. Sei ruhig. Wir wollen dich nicht hören. Und alter, was geht denn da? Ach, ich bin hier der Erwachsene, sagt der Busfahrer auch. Und wer soll es denn sonst entscheiden? Ich werde auf gar keinen Fall rausgehen. Und das Handy auf jeden Fall. Zurückholung. Aber einer hat sich dafür entschieden, Freunde. Jemand geht raus und holt das Handy einfach. Und er hat es geschafft. Dankeschön, sagt der. Wir brauchen mehr Schüler wie dich. Viel Spaß dir. Ja, ja, wie auch immer. Lass uns das einfach hinter uns bringen. Und was sollen wir jetzt tun hier in diesem Haus? Und es muss doch irgendwie weitergehen. Wir können doch hier nicht unser Leben lang drinbleiben. Und let's go. Oh mein Gott, viel Glück. Viel Glück. Er holt jetzt einfach das Handy. Junge, ist ja Lebensblüter oder was? Oh Gott, oh Gott, Freund. Schreibt jetzt alle in die Kommentare. Denkst du, er wird es überleben? Oder er wird es nicht schaffen? Also gib dem Video jetzt alle einen Daumen nach oben da. Wenn du auf jeden Fall willst, dass er wieder zurückkehrt. Ich glaube an dich, Kollege. Leute, ich glaube, er wird sterben. Mehr wird es nicht schaffen. Und er hat es geschafft. Gute Arbeit. Nun muss ich es in die Steckdose stecken. Let's go. Und damit kann er auf jeden Fall sein Handy aufladen. Ich werde die Schule anrufen, wenn es aufgeladen ist. Und ihr, Leute, sucht auf jeden Fall nach den Schlüsseln, sagt er. Oh ja, Schlüsselfreunde. Sind die, oh Alter, was ist das für eine ekelhafte Toilette überhaupt? Hier geht, hier geht. Das sieht echt gar nicht gut aus. Vielleicht hier irgendwo unten im Keller. Vielleicht hier drunter oder irgendwie sowas. Könnten hier irgendwie die Schlüssel versteckt sein für das Schlafzimmer. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir müssen, ah, wir müssen jetzt hier die Boxen wegräumen. Let's go. Wir haben die Boxen wegräumt. Und wir müssen uns jetzt hier auf jeden Fall hier unten umschauen. Moi wohl, hier, da bin ich. Aua, aua, aua. Let's go. Hey, Leute. Lasst uns die ganzen Boxen. Wart mal auschecken. Was ist das überhaupt, Freunde? Ist das ein Tresor oder irgendwie sowas? Leute, hallo? Hat das hier keiner gesehen? Vergiss mal hier die ganzen Boxen. Guck mal, was hier auf dem Boden ist oder sowas. Naja, ich würde sagen, komm. Dann durchsuchen wir die Boxen. First try, kommt schon. Und, ah, schade. Ich dachte, wir finden vielleicht direkt hier den Schlüssel. Und, Junge, wir müssen jetzt hier jede einzelne Box durchsuchen. Und hier irgendwo wird wahrscheinlich hier der Schlüssel drin sein. Hoffentlich für, oh mein Gott, für das Schlafzimmer oben. Um auf jeden Fall in das nächste Zimmer reinzukommen. Leute, habt ihr was gefunden? Jawohl, wir haben den Schlüssel gefunden. Um ins Schlafzimmer zu kommen. Jetzt ab geht es. Komm, komm, komm. Ab geht es nach oben. Los, Leute, lasst uns alle nach oben gehen, um das Schlafzimmer öffnen. Alles klar. Und, ah, das ist Schlafzimmer 1 und das ist Schlafzimmer 2. Und wir haben Schlüssel für Schlafzimmer 1 gefunden. Und, let's go, Freunde. Hallo? Klopf, klopf. Ist der irgendwie? Hey, Leute, einer neben dem anderen. Hey, wie kommen wir nicht rein? Jo, einer ist aber drin und hat ein Notebook gefunden. Wieso kommen wir nicht rein? Ähm, Leute, wollt ihr das wirklich sehen? Er ist eingesperrt. Er ist eingesperrt. Er kommt nicht raus. Und, w-w-w-was hast du gefunden? Oh Gott, oh Gott. Und es sieht so aus, äh, nach einem, nach einem Buch oder irgendwie sowas. Oder nach einem Band, was jemand aufgenommen hat, wo Informationen drauf sind. Und, w-w-was sagt das Band? Spiel mal die Nachricht ab. Und es sagt, Eingang Nummer 1. Timmy, warte mal, äh, ist seit Tagen nicht mehr zurück zur Schule zurückgekehrt. Und Eintrag 2. Einer von seinen Freunden hat mir letztes Mal gesagt, äh, er hat Timmy gesehen. Und er war mit einem neuen Mädchen. Mit einem neuen Mädchen, mit einer neuen Schülerin. Oder irgendwie sowas am Start. Und, oh mein Gott. Ich muss herausfinden, wer sie ist. Eintrag Nummer 3. Ich habe herausgefunden, dass ihr Name Jenna ist. Ich habe probiert, mit ihr darüber zu reden. Aber irgendwas hat mir auf jeden Fall Angst gemacht. Vielleicht ist sie verantwortlich für das Verschwinden von Timmy. Oh mein Gott, Freunde, es wird immer gruseliger. Eintrag 4. Ich werde ihr auf jeden Fall folgen. Auf dem Weg nach Hause. Irgendwas sagt mir auf jeden Fall, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Ich, ich muss Timmy finden. Oh Gott, oh Gott, Freunde. Eintrag Nummer 5. 5. Ich kann Timmy nicht finden. Ich habe überall geguckt. Aber ich glaube, Jenna ist da. Warte mal, Jenna. Ich verstecke mich in diesem einsamen Schlafzimmer. Wenn sie kommt. Oh, Freunde. Das bedeutet Timmy war hier. Timmy war in diesem Schlafzimmer und sich vor Jenna versteckt. Eintrag 6. Es sieht so aus, als würde Jenna überall um mich herum sein. Ich kann sie hören. Ich kann Fußstapfen hören. Und wie die Tür sich schließt. Und dann höre ich wieder Fußstapfen. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich erwischt werde. Leute. Was steht da? Der Rest der Papiere ist nicht da oder irgendwie sowas. Oh Gott, oh Gott. Leute. Denkt ihr, dieses Mädchen draußen war diese Jenna? Oh, auf jeden Fall, Freunde. Und sie war locker schuld, dass Timmy verschwunden ist. Wahrscheinlich schon. Aber wieso waren da so viele von ihr? Oh, das habe ich auch nicht gecheckt. Das war eine ganze Armee. Eine ganze Zombie-Apokalypse oder irgendwie sowas. Wieso kommen wir eigentlich nicht in dieses Schlafzimmer rein? Ich will ja auch mal rein. Alter. Was war das? Hört ihr das? Das sind Geklopfe. Ich glaube, das kam von hier drin. Das kommt vom zweiten Schlafzimmer. Oh mein Gott, ey. Was ging denn da ab? Warte mal. Ihr glaubt, jemand ist da eingesperrt oder so? Oh mein Gott, das könnte echt sein. Was passiert hier? Sollen wir das Schlafzimmer öffnen? Wir hören mal ganz, ganz vorsichtig. Leute, kommt rein. Ich traue mich noch nicht ganz. Hallo? Ist da irgendwer? Timmy? Bist du es? Es sieht leer aus. Wir schauen uns mal hier vorsichtig um. Aber da ist ein Blatt Papier, Freunde. Hier ist noch ein Blatt Papier. Schaut euch das ganz, Mann. Ein weiteres Blatt Papier haben wir auf jeden Fall gefunden. Und das ist wahrscheinlich eine weitere Notiz von Timmy. Guckt euch das ganz, Mann. Was steht da nur drauf? Die Leute, kommt alle rein. Kommt alle rein. Ich glaube, ich habe ein weiteres Blatt Papier gefunden. Die weitere Hälfte von dem Notebook von Timmy einfach. Los, Leute. Kommt alle her. Es ist wichtig. Hä? Warte mal. Was ist los? Es sagt... Oh Gott, meine Freunde. Hallo? Hallo? Können wir hier rein? Eintrag 7. Irgendwie habe ich es geschafft, mich vor ihnen zu verstecken. Ich habe die Hälfte von meinem Notebook im anderen Zimmer gelassen, falls sie mich erwischen sollten. Das bedeutet, es ist wirklich Timmy's Notebook. Eintrag Nummer 8. Die Fußstapfen werden immer lauter, jede Stunde vom Tag. Aber ich bin positiv, dass Jenna hier irgendwo arbeiten muss. Es wird wirklich immer und immer unheimlicher. Eintrag Nummer 9. Okay, ich habe es geschafft, um runter zu sneaken. In den Keller. Oh Gott, oh Gott. Und Eintrag 10. Was hat ihr denn als nächstes gemacht? Ich habe einen Metallhedge gefunden unten. Und es muss irgendein geheimer Raum sein oder irgendwas. Ich muss es finden. Ich muss es erkunden. Vielleicht wird da irgendwas sein, Freunde. Und ich glaube, das war dieser Geheimgang, den wir auch gesehen haben. Eintrag 11. Als ich den Geheimgang erkundet habe, kam ich zu einem Labyrinth. Hinter Boxen oder irgendwie sowas. Mein Instinkt hat mir gesagt, nicht dorthin zu gehen. Und es sah aus wie ein Ausgang oder sowas der andere Weg. Eintrag 12. Ich werde dieses Notebook oder dieses Blatt Papier auf jeden Fall da lassen, falls irgendwas anderes Schlimmes passieren sollte. Ich habe Timmy nie gefunden. Aber ich musste mich selber retten, solange ich noch konnte. Und da hört es auf. Da hört die Geschichte auf. Ich glaube, es muss einen Weg unten geben. Es muss also einen Weg unten geben im Keller, wie man aus diesem Haus rauskommt. Das stand ja auch auf dem Blatt Papier, dass er irgend so ein Labyrinth unten gesehen hat oder sowas. Und wir haben aber alle viel zu sehr Angst, runter zu gehen. Und Leute, jetzt habt keine Angst. Was sollen wir sonst machen? Sollen wir uns jetzt hier vor diesem Mädchen verstecken oder sowas? Und wir sollten uns entspannen. Es sieht sehr sicher aus. Und jo, es sieht sehr sicher aus. Fert ab nochmal. Was geht denn hier draußen ab? Oh Gott, oh Gott. Es sind ganz, ganz viele Chenners um unser Haus. Und es sind viel, viel mehr. Leute, wir müssen reingehen, bevor sie hier reinkommen. Wir müssen in den Keller, Freunde. Oh Gott, oh Gott. Jetzt ganz, ganz schnell, Freunde. Da sind sie. Guckt sie euch mal an. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh nein. Schnell, Leute, in den Keller. In den Keller. Die Leute werden verrückt. Die Leute verrückt. Oh Gott, oh Gott. Es öffnet sich nicht. Oh, wie? Es öffnet sich nicht, Leute. Öffnet das. Öffnet es verdammt nochmal. Es steckt fest. Es klemmt. Oh nein, oh nein, Freunde. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Versuch's weiter, sagt der Busfahrer. Probier du nochmal, ey. Jungens. Oh, und? Es öffnet sich. Es öffnet sich. Oh Gott, oh Gott, Freunde. Ich glaube, sie kommen. Was war das vorne? Jetzt schnell hier rein, Freunde. Wir müssen weg hier. Wir müssen abbauen. Oh, wo sind wir hier? Guckt euch das Ganze mal an. Die Jenners kommen. Oh mein Gott. Was passiert hier? Guckt euch mal die ganzen Schriften an. Ich glaube, Jenna hat sich irgendwie in dieses Spiel gehackt. Aber sind wir entkommen? Los, los, Leute. Springt runter. Haben wir irgendwen vergessen? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich habe echt nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier weitergehen. Und das ist das Labyrinth, wovon Timmy erzählt hat. In seinen Papieren anscheinend. Und hier muss anscheinend irgendwo ein Ausweg sein. Genau. Das Notebook sagt, über dieses Labyrinth. Und irgendwo muss hier auch der Exit sein. Also der Ausgang. Ich glaube, dass das bedeutet, unsere einzige Option ist es, durch dieses Labyrinth zu gehen. Oh ja, das hast du auf jeden Fall erkannt. Weil oben sind die ganzen Jenners. Und ich will nicht. Ich habe Angst. Jetzt habt euch mal. Ist mir egal, was ihr macht. Ich werde durch dieses Labyrinth gehen. Ich werde hier nicht mein Leben lang drin bleiben. Leute, beruhigt euch. Beruhigt euch. Würdet ihr lieber hier rumsitzen und verhungern? Oder durchs Labyrinth gehen? Oh ja, wir haben auch seit so langer Zeit nichts mehr gegessen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen Jenna, der bösen Hackerin, auf jeden Fall jetzt entkommen. Durch dieses Labyrinth. Leute, hört auf euch zu streiten. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen durch das Labyrinth durchgehen. Alles klar, Freunde. Wir müssen zusammenhalten. Wir dürfen keinen verlieren. Und wir zusammen, als Team, werden jetzt auf jeden Fall schaffen, Jenna, der bösen Hackerin, auf jeden Fall, hier zu entkommen. Und Leute, achso, ich dachte, das wäre der Ausgang. Das wäre auch zu einfach, wenn das direkt der Ausgang gewesen ist. Okay, aber hier irgendwo muss das Labyrinth sein. Und Tim hat in seinen Büchern geschrieben. Alter, was ist das denn hier? Da ist ein Totenkopf in der Ecke. Da ist hier irgendwo in der Nähe auch ein Ausgang sein. Leute, schaut euch das Ganze mal an. War das irgendein Zeichen, irgendein Hinweis? Naja, lasst uns mal weitergehen. Aber wo geht es hier entlang, Leute? Irgendwie, das sieht ganz gut aus. Folgt mir, folgt mir, folgt mir. Ich glaube, ich bin der Spur. Oh, sehr, sehr nah, Leute. Okay, folgt mir doch nicht. Ich habe euch verloren. Hilfe! Oh mein Gott. Wir rennen alle im Kreis. Aber keiner weiß hier, wo das Ende von diesem Labyrinth ist. Und da ist es, Freunde. Was ist das denn hier? Hier ist eine Crowbar oder irgendwie sowas. Wir snacken uns das Ganze hier sofort. Und let's go! Er hat auf jeden Fall die Crowbar genommen. Ist hier noch irgendwas auf dem Boden? Nee, hier ist nichts. Und was sollen wir damit machen? Ich habe eine Crowbar gefunden. Am Ende vom Labyrinth. Oh ja, das haben wir gesehen. Ich glaube, wir brauchen das, um diese Metalltür zu öffnen. Los! Wir sollen wieder zurückgehen und das Ganze auf jeden Fall austesten. Leute, wo geht es zurück? Ich habe mich wieder verlaufen. Ich glaube, geht es hier entlang? Geht es links? Rechts? Oh Gott, oh Gott, Freunde. Nein, nein, nein. Falscher Weg. Die sind jetzt mir einfach gefolgt. Alter, ich weiß noch nicht mehr, wo vorne... Oh, wohin denn das? Okay, von hier kommen wir anscheinend. Und hier, Freunde, hier ist genau... Von hier sind wir auf jeden Fall gekommen. Und wir müssen jetzt hier diese Metalltür öffnen. Und was ist das denn hier? Er wird auch vermisst. Max steht da. Oh Gott, oh Gott. Was hat diese böse Jenna nur bitte mit uns allen vor? Hier, er muss mit der Crowbar jetzt auf jeden Fall das Ganze hier aufmachen. Los, los, los. Oh mein Gott, ich hoffe, es klappt. Und ich hoffe, das wird jetzt auf jeden Fall der Ausgang sein. Oh mein Gott, aus dieser Höhle. Und let's go! Er hat es geöffnet. Er hat es geöffnet. Und oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Wo sind wir hier? Und ich glaube, das ist der Ausgang, wovon es in den Papieren im Notebook gestanden hat. Los, Leute, lasst uns beilen. Wir müssen hier rausgehen. Oh, jetzt ganz, ganz schnell, Freunde, bevor Jenna... Oder nicht nur Jenna, sondern die ganzen anderen tausend Jenners uns... Oh mein Gott, warte mal, was war das? Uns erledigen und... Nein, nein, nein. Nein! Oh mein Gott, da kommen sie. Da kommen sie. Guckt euch das ganz mal. Oh mein Gott, es wird immer mehr. Und was geht mit dem Chat ab hier? Wo sind wir? Wohin werden wir gehen? Oh mein Gott, Freunde, nein, wir müssen weg. Wir müssen weg. Wir müssen jetzt hier abbauen und... Nein, 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 sie sind runtergefallen, Freunde. Wo geht es lang? Wo geht es lang? Und schnell hier weg. Oh mein Gott, warte mal. Wo geht es weiter? Bitte lasst mich in Ruhe und... Leute, warte mal, ich glaube... Es hat keiner geschafft. Keiner hat den Prokur geschafft und wir müssen zum Exit gehen. Ich bin doch hier und... Hey, Leute. Kommt runter. Hä? Warte mal, wer ist da? Jo, was geht denn hier ab? Wir können einfach hier nach oben. Oh mein Gott, jetzt ganz, ganz schnell, Freunde. Nein, nein, nein. Sie, sie, ich komme. Oh, 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 und ich hab dich... Nein. Oh Gott, oh Gott, Freunde. Okay, wir müssen respawnen, ey. Das war so knapp. Da oben war er. Sieh einfach. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall seine Hand geschnappt und... Die Power von Roblox gab mir Stärke. Seid ihr alle in Ordnung? Das war auf jeden Fall sehr, sehr krass, um ehrlich zu sein. Da ist unser Busfahrer. Ja, ich glaube, jeder hat es überlebend geschafft. Ich habe sie beschützt. Äh, bist du dir sicher, dass alle Schüler da sind, die im Bus auch vorher waren? Verdacht, aber keiner ist da. Wir alle sind... Wurde erledigt von Jenna, außer ich, ey. Ja, jeder ist auf jeden Fall da vom Bus Crash. Wow, das war unglaublich. Ich... Ich muss jeden wissen, dass du ein Held bist und... Warte mal, ein Held? Nein, nein. Ich bin nur der beste Busfahrer der ganzen Welt. Oh, naja. Dann lass uns wieder zurück zur Schule gehen. Los geht es. Und er hat uns jetzt hier tatsächlich gerettet, ey. Von wegen, ey. Alle haben es überlebt. Was ist denn mit ihm los, ey? Und da fahren sie auf jeden Fall in die Schule auf jeden Fall zurück. Was war das bitte für eine verrückte und gruselige Horror-Story über die Hackerin Jenna? Wir waren am Ende noch der Einzige, der es überlebt hat. Und in letzter Sekunde wurden wir noch von sie auf jeden Fall gerettet. Und haben es zum Glück aus diesem gruseligen Haus auf jeden Fall raus geschafft. Und sind der bösen Armee von Hackerin Jenna entkommen. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist ein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex-Armee. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Musik